Ansonsten, ich hab halt oben ganz oben angefangen, das Dach zu machen und das war's dann auch. Ansonsten, kein Tier ist irgendwie rausgelaufen oder so, ansonsten ging es die ganze Zeit nur hin und her und hin und her und basteln und Material holen und basteln, Material holen, basteln, Material holen und das ist ja nicht sonderlich spannend. Ich glaub, das waren jetzt auch nur so sieben Minuten oder so, die ihr verpasst habt, also nicht ganz so viel. Ach man, ist das super, naja, gut, okay, wenigstens könnt ihr mich jetzt wieder hören und sehen, naja, mich nicht, aber was ich zocke. So, Treppenbahn hier als letztes. Gut, wie gesagt, ich hab einfach nur in einer Schicht das Dach hochgebastelt, erst mal mit groben Stones und jetzt packen wir auf die groben Cobblestones hier einfach nochmal eine Ladung Treppenobendrauf. Mehr hab ich nicht gemacht und mehr ist auch nicht passiert. Ist ja wunderschön, dass meine Festplatte, aber warum sagt denn Fraps eigentlich nicht, dass die Festplatte verläuft? Das ist furchtbar, ich brauch echt eine größere Festplatte für die Aufnahmen. Ich glaub eine mit, was war das, 600 noch was Gigabyte? 660 oder 670 oder sowas? Ist ein bisschen zu wenig, vor allem wenn man nur noch andere Aufnahmen drauf hat, aber gut. Naja, gut, so. Basteln wir erstmal das Dach zu Ende. So, hier noch. Oh, ich weiß nicht, ich glaube echt nicht, dass wir mindestens 10 Folgen für die Monsterfalle gehen, aber die ist immerhin dann komplett fertig. Also, wenigstens haben wir dann das. Oh, ja super. Wenigstens haben wir dann das, Leute. Und dann mach ich das lieber an einem Ruck weg. Wir haben die super tolle Monsterfalle und nicht mehr 30.000 Nebenprojekte. Ist doch besser so, oder? Also ich find's besser. So. Haben wir's auch gleich geschafft mit dem Dach. Nach dem Dach unten noch die Falle zu Ende basteln. Und dann sind wir fertig. Und ich kann die große Aufnahme endlich beenden und hab wieder Folgen für mindestens 3 Wochen. Wenn nicht sogar noch mehr. Also wird schon gut gehen. Huch. So. Hier, 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 hier. Und nochmal hier, 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 hier. Und hier, 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 da, 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 da. Huch. War der richtig? Ja, ne? Ja. Okay. Verwirrung. Hehe. So, gleich haben wir's geschafft. Warte, hab ich noch ein Stacktreppen? Bitte, bitte, bitte. Ach, gut. Ich dachte schon, jetzt wollte ich jetzt nicht für so wenig Treppen nochmal runterlaufen. Das wäre ja blöde gewesen, so. Gleich ist es fertig. Gleich ist das Dach fertig. Durch die Dacharbeiten kann ich eigentlich überhaupt nicht leiden. Ordentlich mit Helikoptergeräuschen, was Höhlengeräusche sein sollen, es aber irgendwie nicht sind. So. So, 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 so. Der letzte. Ne, gar nicht, der vorletzte. So, und fertig ist das Dach. Aber ich müsste jetzt eigentlich auf das Dach. Ja, super. Eine Fackel reicht, oder? Warte mal. Jetzt sowieso Treppenblock. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier. Doch, ich glaube, eine Fackel könnte sogar schon ausreichen, damit hier oben nichts baut. Cool. Fertig. Wir sind fertig mit dem Dach der Mobfalle. Haben dafür ja mal überhaupt nicht viel gebraucht oder so. Oder lange gebraucht. Ach, Quatsch. So, jetzt wird nämlich erstmal auch der Block wieder weg. Und aufs Dach springen kann uns jetzt nämlich auch keiner. Klasse. So, das hätten wir schon mal hinter uns. Das haben wir geschafft. Alter, ist das ein Putzelteile geworden, ja. Na, da, 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 da wirst du es wohl lassen. Ja, jetzt müsste ich ja hier hoch. Und dann müsste ich jetzt als nächstes erstmal da die Schilder annehmen. Das sind, wie viele? Ich glaube, vier. Gut, dann holen wir uns mal vier Schilder leihen. Geht mal weg. So, vier Schilder. Wie viel Holz habe ich? Eindeutig zu wenig. Äh, nehmen wir uns mal die 30 Stück und verbrachten die mal zu Holz. Zack. Ein bisschen mehr zu Stack, das ist ja gut. Danke. Und machen 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ich habe hingeguckt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da, 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 da. Peng. Die behalten wir mal. Die kommen hierhin. So, jetzt pass auf. Ich will mir mal definitiv jetzt den dritten Eimer. Was kann ich denn wegpacken? Ich kann die, ich kann die Dinger schon mal wegpacken. Ach, meine Steinkiste ist jetzt hier. Die können weg. Die auch. So, die, die, die und die kommen ebenfalls weg. Was kann ich denn noch gebrauchen? Ähm, Glas auf jeden Fall. Äh, zweimal Sand. Und zwei Kakteenblöcke. Du, du. Dann sollte das eigentlich schon ausreichen. Oder? Ja. Ich glaub schon. So. Ähm. Ich wollt nur den vierten Eimer machen. Genau. Schweren Herzens. So. Äh. Öh. Da. 1, 2, 3. Yo. Dann gehen wir mal zu unserem Lavaseechen. Und holen uns etwas Lava. Etwas Lava-di-ra-ba-ba. Lava-di-ra-ba-ba. Höh, lustig. So. Nicht. Boah, Wahnsinn. Cool. So viele Mammutbäume. Zwei, drei Stück. Cool. Klasse. Das ist ein Vergnügen, die dicken Dinger hier zu fällen. Die dicken Bäume. Boah, schön. Richtig schön. So, jetzt aber alles. Aber nur nicht reinfallen. Drei. Vier. Fünf. Gut. Ne, vier und das. So, wir haben unsere Eier. Wir können wieder weg. Äh, unsere Eier. Wir haben unsere Lava. So. So, komm, lass mich hier hoch. Und jetzt lass mich hier runter. Bam. So, dann haben wir auch bald endlich besitzt. So eine dämliche Mobfalle hinter uns. Was auch langsam echt Zeit wurde, finde ich. Glaub, noch länger. Hätten wir da noch länger umgefummelt. Und ich hab mir schon gedacht. Ich hab mir schon im Kopf gedacht. Ey, ich erschieße mich gleich mit dem Kopf. So, eins, zwei, kein, kein kleines Schildchen wollte uns mal beglücken. Mann, das war ja so typisch, ey. So, jetzt muss ich aber was mal hier rein. Und die vier Schilder anbring. So, eins. Eins Schild. Zwei. Zwei Schild. So, drei Schild. Und vier Schild. Huch. Kommt nichts drauf. Gott, okay. Dann kommen die Mobs nämlich von da. Kommen da. Oh, das gefällt mir aber nicht. Kann ich mich da denn noch so hinbauen? Schon, ne? Ja. Ja, da kann ich so hinbauen. So, das soll raus. Das soll raus und irgendein Stein mit. Kein Stein mit. Scheiße. Oh Mann. Ich komm jetzt Clean Stone. Finde ich doof hier. Und wenn ich da jetzt schon eine Mischung aus Clean Stone und Ding in Stone drin hab, dann wenigstens ein bisschen Clean Stone dabei haben. Ich muss mir erzählen, ich hab keinen Clean Stone mehr. Ist das nicht dein Ernst? Mann, dann mach's halt zu. So, komm, zwei Steinchen hätte ich gerne. Zwei kleine Clean Stones. Kriegen wir das hin? Das wär super nett von mir. So. Einen Clean Stone. Du, 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 da, 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 da. Da, 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 da. Mist! Uns fehlt noch das Wasser hier! Nein! So'n Dreck! Oh, ich brauch' zwei weitere Eimer! Shit! Ja, ich kann die Lava ja nirgendswo' zwischensetzen! Verdammt! Ey, so'n Käse! Nein! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Mist! Das ist jetzt echt blöd! Naja... Sicherlich nicht verlieren! Hoffe ich jetzt... Achja, diese Eier können einem irgendwie doch auf die Nerven gehen! Bleibt ein Viech oben? Ja, hier komm, dann nehm' ich halt dein blödes Ei auch noch! So, und kriegen wir jetzt wieder irgendeinen Viech? Nö, war ja klar! So, einmal Wasser, zweimal Wasser! Einmal hier durch, zweimal hier durch! Dreimal hier hoch, viermal hier hoch! So! Also, dort hinten in die Ecke muss noch einer! Muss hier noch einer! Mal gucken! Äh... Dort sollte, glaub' ich, auch noch einer hin! Hm... Vielleicht haben wir noch zwei! Oh je, oh je, oh je! So, so... Ach, geh' weg! So, ihr Kleinen, würdet ihr bitte von hier verschwinden! Dies ist... böse Sperrzone für euch! Hier noch einen hin! Und hier noch einen hin! Mal sehen, und jetzt... Hier muss noch einer hin, ne? Das Gefühl! Schau mal, fließt jetzt nämlich alles da in die Ecke! Und wie sieht's mit den Items aus? Die fließen doch... Naja, obwohl, die Items könnten eigentlich trotzdem... Warte mal, teste das mal! Ich schmeiß' mal hier nen Klotz rein! Da! Wo der lang fließt! So, der werte Klotz fließt! Ich hoffe, schön nach dort hinten hin! Und wird dann abtransportiert! Ja, okay! Okay, da klappt alles! Warte mal! Was ich dann aber schon mal machen kann! Warum ist dort hell? Warum ist es dort hell? Dort muss es doch schon dunkel sein, hä? Versteh' ich nicht! Wieso ist es hier drinnen so hell? Ist irgendwas kaputt gegangen, Leute? Warte! Hier muss es doch stockdunkel sein! Irgendwie scheint es da hell zu sein! Wow, 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 wow! Die ist ja voll weg! Warum ist es hell? Ich versteh' das einer! Warum ist es hier so hell? Jetzt hab' ich hier wieder so'n tollen Lichtpack drin, oder was? Hatt' ich mich in der Kopie auch! Was in Räumen trotzdem extremst hell, obwohl da gar kein Licht drin war! Ach, weißt du was, Digga, egal! Nee, damit befass' ich mich jetzt nicht! Das find' ich jetzt doof! Das find' ich jetzt nur doof! Oh nein, jetzt hab' ich's kaputt gemacht! Was ist denn, wenn ich da ein Schild hin mache? Ne, da bleiben ja ganz viele dort stecken, ne? Richtig, glaub' ich! Verdammt! Ach, Mann! Wie mach' ich das denn? So, tot! Ich glaube, nur dort ein Schild wär' gar nicht mal so blöd! Ich hol' mal einfach mal noch ein Schild! Ich flieh' das mal aus! Vielleicht, hm? Hallo, hallo! Lass mich rein da! So, vielleicht geht das ja! Ich guck' jetzt immer wieder hastisch auf das Flapsymbol, damit das auch Ja aufnimmt, ey! So, also noch ein Schild! Mal gucken, ob das auch wirklich klappt ist! Mal wenn, wär' das ganz, ganz super! Spielt' schon so lange hier im Peacefall! Na, wenn ich jetzt in Easy schalte, während ich hier bastle, regle mir da die ganze Zeit Mops runter! Obwohl das echt doof ist! Um nicht zu sagen, dass das scheiße wär', aber irgendwie wär's das ja! Irgendwas ist da jetzt kaputt! So, jetzt! So, jetzt!